Willkommen zu einer neuen Runde. Cookies mit dabei ist seit ewig heilig. Der Goldblock ist ja eklig. Okay, den muss ich mir mal ändern. Hi Leute. So viel zu First Cookie, though. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Äh, was drücken die vor allem? Ist jetzt die Frage des Tages. Kann man irgendwie so einen Power abholen, dass alle Gegner einen nicht mehr angreifen können? Ihr Matt, das ist so krass overpowered. Tim. Man, du weißt nicht zufällig, wie man die Texturen reloaden kann, oder? Ganz kurz. Ja, ich weiß, wenn man abbaut, sieht das irgendwie voll weird aus. Nee, ich find's grundlegend immer noch gut, dass du mich auf der Schulter hast. Wenn ihr mich auch auf der Schulter haben wollt. Müsst ihr 30 Euro ausgeben. Ihr könnt mir auch einfach 40 Euro donaten und euren Ingame-Namen sagen und dann kümmere ich mich drum. Loll, abzocke wehe. Warum kam so lange kein Content mit dir? Äh, weil du tot warst. Genau. Ich möchte diese Aussage bezweifeln. Nicht, dir ist ein Tuch? Ich nicht. Ich auch nicht. Doch. Aber wir sollten jetzt den zweiten Schwein gleich haben. Eins, zwei, drei. Du hast schon. Dann gib mir die zurück. Ich brauch die für den Ding. Kannst du mal spielen vielleicht bei Zeiten? Tim, bist du Ohr? Nein. Ich bin Tim. Blau will... Nee, was? Hä? What the fuck? Es hat mehr geraucht. Folgendes. Du bist ja aus Dunkeldeutschland, ne? Das scheint wieder auf die Bad Info. Nein. Ihr seid hoch und so. Wieso steht das nicht? Nick? Bist du noch anwesend? Nein. Okay. Also, du kommst ja aus Dunkeldeutschland. Was ich mich jetzt mal gefragt habe, ne? Oh. Eine Rennstrecke. Ja. Die in der ehemaligen DDR steht, ne? Also Dunkeldeutschland. Das kann doch kein Zufall sein, dass die fast nur Linkskurven hat. Ähm. Doch. Nee, glaub ich nicht. Was machen wir jetzt? Wir werden uns jetzt auch nicht mehr von uns beiden recht haben. Ich bin Deutschländer. Ich hab immer recht. Also, hab ich recht. Können wir uns darauf einigen? Nö. Ich werte das mal als ein Ja. Laut übrigens Schreiner. Wie viele? Ja. Wir sind das einzige Team mit drei Schreinen. Das heißt, wir können gleich eigentlich nach Hause gehen und anfangen zu bauen. Dir ist schon bewusst, dass wir die Runde eigentlich komplett scheiße gespielt haben. Das ist jetzt die erste Runde Cookies. Seit vier, fünf Monaten. Nein, nein, seit. Das reicht. Das ist die erste Runde Cookies seit Deutschabfrage. Seit mit D oder mit T in dem Kontext? Ähm. Mit V. Richtig. Achso, Jan würde jetzt seit mit D schreiben. Jo, da haben sie recht. Bin ich mir ziemlich sicher. Blau hat inzwischen auch drei Schreine. Ne, Blau hat vier Schreine. Nick, was erzählst du dir für Lügen? Eben hatten die nur zwei. Da haben die ganz schnell ganz viele Schreine gemacht. Vielleicht sind die blöd. Sind die blöd? Ich wüsse mal gerne, ob man auf Gomme gechatbannt wird, wenn man ihr seid blöd schreibt. Ui, Cookie Rain. Das finde ich ja nett, dass der zu uns kommt. Ja, der wollte kuscheln. Ja, dann lass jetzt mal ganz kurz noch warten, bis du in den Turm... Ja, so viel dazu. Ne, aber das könnte jetzt sein, dass wir die erste Runde Cookies seit vier, fünf Monaten straight away gewinnen. Und Tim, warum kamen so wenig Videos in letzter Zeit? Erzähl mal. Weil du tot warst, habe ich doch schon gesagt. Gelb hat angefangen zu bauen. Na gut, dann... Ich habe Gelb in der Base getötet. Gelb hat mich in der Base getötet. Ah, dann installiere ich mal eben YouTube, was ich das hier drin habe. Habe ich nicht. Warte ich doch mal. Ah, habe ich nicht. Brauch mal deine professionelle Expertenmeinung. Ähm, haben wir mehr als Gelb? YouTube Music installieren. Kannst du jetzt mal ganz kurz schauen, dass niemand unseren scheiß Turm mit TNT zerfet? Ich glaube, einer will zu unserem Turm. Ich schau mal, wie viel Gelb hat. Dann müssen wir nur unseren Vorsprung halten und Deutsch sein. Das ist sehr wichtig, dass wir Deutsch sind. By the way, Leute, wenn euch das dafür gefällt und ihr wollt, dass wieder mehr Videos kommen. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Videos, also was für ein Uploadplan ich haben werde, wenn dieses Video kommt. Aber wenn ihr wollt, dass ich wieder aktiv Videos mache... Du wirst einen Uploadplan haben. Weiter aktiv Videos. Ähm, inoffiziell habe ich immer einen Uploadplan, der heißt, mach ein Video und dazu. Ah, das ist nice. Ja, und was ist, wenn ich mal ein Video mache und das hochlade? Du darfst sehr gerne Gast-Uploads auf meinem Channel machen. Nein, das hat jetzt niemand gesagt. Du darfst auch sehr gerne Videos, Achtung, Gelb. Mit TNT. Ja, Invisibility. Ja, Nick. Wow. Ja, Nick, wir brauchen deine Cookies. Wo auch immer du gerade hinläufst. Alle tut. Viele Porta kaufen, viele Porta kaufen. So. Achso, das waren blau, das waren schon mehr gelb. Auf sein Sohn einer netten Mutter. Okay, aber wir haben immer noch mehr als gelb, oder? Ease. Achso, du bist wohl nur auf rechts ausgelegt. Genau. Mießen der Verfassungsschutz. GG. Keine Ahnung. Wow, wait, 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 wir haben eine Runde, wo alle GG geschrieben haben. Nein, 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 doch. Nein. Vier Leute von sechs. 75 Prozent. Wenn sie dich fragen, wie du bist, dann musst du sagen, dass du okay bist. Und wenn du nicht wirklich okay bist, dann kannst du einfach nicht in das, weil sie nie verstehen würden. Oh, nee, erstmal über die ganzen Maps travelen. LOL. Oh, der Flamingo, der wird sein. Wie willst du da hochkommen? Oh, ja, gut, scheiße, scheiße drauf, lass uns bei uns gehen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keins darfst du verblicken. Schau mal die beiden auf den Schultern an. Tja, wait, das Ding kann Emojis machen? Kann es. Mein Dings hat gerade gewunken. Ja, siehst du? Macht er bei mir nicht. Ja, nicht, wenn du schlägst, dann stehst du übrigens gerade, nur so nebenbei. Ah. Das sind so die Minecraft-Tricks, die man kennen muss. Also Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne, würde mich mega freuen. Lasst ein Like da, lasst einen netten Kommentar da, schreibt, ob ihr mehr mit Tim sehen wollt. Wenn ja, dann schreibt, dass ihr mehr mit Tim sehen wollt. Wenn ihr nicht mehr mit Tim sehen wollt, dann schreibt bitte, dass ihr mehr mit Tim sehen wollt. Dann kann ich Tim sagen, dass ihr mehr mit ihm sehen wollt. Genau. Folgt mir auch auf Instagram, da mache ich im Moment relativ aktiv Stories. Auf Twitter, da gibt es ganz viel Zeug, zum Beispiel Post ich da, wenn ich essen gehe und mache mit dir immer geile Pizza. Und auf Twitch gibt es derzeit einen 7K-Live-Stream. Ja gut, den musst du dann aber machen, ne? Für mich. Ich gebe dir... Nee, 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 nee. Es geht hier um deinen Twitch. Stell mir so vor, wie ich mich da einfach AFK 7 Tage lang hinstelle. Hätte was. Mache ich vielleicht auch. Tim, willst du noch was sagen? Nein. Und warum nicht? Weil du nicht Jan bist. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich auch nicht auf dem Teams-Plieg. Genau. Ich habe es nicht verstanden. Kannst du es mir noch einmal erklären? Mann, oh. Jetzt muss ich heulen. Ja, mach das. Wie gesagt, Abo, Glocken an, Twitch, Twitter. Ja, Glocken an, natürlich. Es gibt auch die Glocke auf Twitch, Twitter und Instagram. Da müsst ihr auch die Glocke anmachen. Das heißt, im Plural sprechen wir dann von Glocken. Verstehst du das, Tim? Oder spricht man das in Dunkeldeutschland anders aus? Ah, doch, doch. Ja, perfekt. Dann haben wir es doch. Und dann sagt Amthor, ja, ich wusste doch gar nicht, dass das Nazis sind. Ich bin da noch so jung. Na, das diskutieren wir, glaube ich, in der nächsten Aufnahme, ob Amthor noch so jung ist und nicht weiß, was Nazis sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020